Musik Hey Leute, ich bin's Emma Vogel und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2024! Cool, ich freue mich so sehr auf das neue Jahr 2024! Wie heißt es so schön? Neues Jahr, neues Glück! Und ich dachte mir, anlässlich diesen besonderen Tages heute, werde ich mal was Neues ausprobieren! Schaut mal her Leute! Tada! Da! Könnt ihr das sehen? Hier sind so riesen Neujahrstürme! Und gleich werde ich mir einen aussuchen und werde diesen Neujahrsturm bis ganz nach oben hinaufklettern! Jubidubidu! Ich freue mich so sehr! Schön, dass ihr wieder dabei seid! Und jetzt geht's los! Okay Leute, dann wollen wir mal schauen, welchen Turm ich mir heute überhaupt aussuche! Also, mein erster Gedanke ist eigentlich direkt, ich nehme Turm Grün, weil Grün ist meine Lieblingsfarbe! Aber wenn ich hier so reinschaue, da stehen ja einfach noch so Weihnachtsbäume mit Geschenken und so! Und naja, also Weihnachten ist ja jetzt schon auch wieder vorbei! Von dem her würde ich sagen, nehme ich einen anderen Turm! Okay, dann schaue ich mal hier rein! Okay, also blau sieht auch ziemlich cool aus hier mit den Schneeflocken und so! Aber mal schauen, wie noch der weiße und der rote Turm so von innen aussieht! Ich bin echt gespannt! Aber voll cool, dass hier so viele Geschenke rumliegen! Äh, wie cool! Kann man sich hier umziehen oder was ist das denn? Aber das sieht ja alles noch voll nach Weihnachten aus! Also ne, da lasse ich lieber meine eigenen Klamotten an! Ich meine, wir haben ein neues Jahr und wie auch immer! Auf jeden Fall, hier ist der weiße Turm und oh wow, ein Schneemann! Und schaut mal, wie groß der ist! Ihr wisst ja, ich liebe Schneemänner bauen! Also, ich war ja erst neulich mit meiner gesamten Familie im Winterurlaub und das war vielleicht Chaos pur, Leute! Ich sag's euch, wie es ist, aber es war auch so cool! Und Papa und ich haben auf jeden Fall voll viele Schneemänner gebaut! Also, ich muss sagen, dieser weiße Turm, der gefällt mir schon sehr gut! Aber ich schau mir natürlich auch nochmal den roten an und dann entscheide ich zum Schluss! Okay! Was gibt's hier so Schönes? Hm, also ist die rote Geschenke und naja, wie so rote Lollipops! Mh, lecker Schmecker! Da krieg ich direkt Lust auf den Lollipop! Aber wisst ihr was? Also, mir gefällt der weiße Turm hier am besten! Einfach schon wegen diesem riesen Schneemann! Ich mein, schaut den euch an! Der ist ja so cool! Da muss ich einfach mal draufklettern! Und los geht's! Ui! Oh, cool! Hier so ein riesen Geschenk! Ich weiß überhaupt nicht, wo es hier losgeht so richtig! Äh, okay! Jetzt bin ich einmal drum rum, aber wie komm ich denn jetzt da hoch? Holy Moly! Schaut mal, hier sind auch noch andere! Cool! Ach, hier kann man hier irgendwie so oben drauf! Wie cool, dass die eine hier einfach vor mir vorangegangen ist! Dann konnte ich ihr einfach mal folgen! Hehe! Oh, cool! Ich bin einfach auf dem Kopf vom Schneeband! Schaut euch das an! Hehe! Äh, okay! Äh, und wie komm ich da jetzt weiter? Äh, muss man auf den Schnabel vom Schneemann hüpfen? Okay, äh, dann hier einmal rauf auf die Nase vom Schneemann! Ha, das sieht einfach so witzig aus, Leute! Ich kann nicht mehr! Cool! Okay, dann hüpfe ich hier rüber! Hui! Und hier hoch! Und dann hier auf die Schneeflocke! Und weiter! Oh nein! Oh nein! Und da ist es auch schon passiert! Zack, bin ich runtergefallen! Also, puh! Das ist echt gar nicht so ohne da hoch zu klettern! Und schaut mal, wie hoch das ist! Aber egal! Ich versuch's einfach nochmal! Schaut mal, wie ich hier so stehe! Äh, so, okay! Und jetzt geht's hier weiter nach oben! Oh nein! Jetzt bin ich schon fast wieder runtergefallen! Oh, das ist aber auch gar nicht so einfach! Aber es macht irgendwie richtig doll Spaß! Und ich will bis ganz nach oben hinaus! Denn das Jahr hat ja gerade erst gestartet! Es geht ja gerade erst los! Hui! Hoppla! Da war ich schon wieder unkonzentriert! Hupsi! So, nochmal! Also ab auf den Schneemann! Dann hier hoch! Und noch eins hoch! Aber ich liebe Herausforderungen, Leute! Und ich nehme euch auch immer so gerne mit! Weil das macht mir einfach riesengroßen Spaß hier, äh, zu spielen! Und neue Herausforderungen, neue Abenteuer zu erleben! Und ja, ich hab da auf jeden Fall mega viel Spaß dabei! Habt ihr eigentlich schon Vorsätze fürs neue Jahr? Also, ich hab auf jeden Fall schon so einiges! Also, ich will auf jeden Fall, äh, noch mehr basteln dieses Jahr! Und noch mehr spielen! Und, und dann will ich auch noch besser lesen lernen! Also, mit dem Papa hab ich ja schon mal, mein, also mit dem Papa hab ich ja schon mal das ABC gelernt! Aber, äh, naja, so richtig können tue ich es noch nicht! Also, da, also, also, also da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben! Und dann wird das auch noch! Genauso auch mit dem Lesen! Also, ich würde gerne noch viel, äh, besser lesen können! Und, naja, vielleicht lerne ich ja auch schon bald schreiben oder so! Zumindest mal den ein oder anderen Buchstaben! Das wäre ja schon mal ein Anfang! Äh, bin ich etwa schon ganz oben angekommen? Oh mein Gott, Leute! Cool! Ich hab's einfach geschafft! Schaut euch das mal an! Oh mein Gott! Wow! Wie cool ist das denn? Oh, toll! Wir haben das neue Jahr 2024! Und ich, Emma Vogel, hab's geschafft, bis ganz hoch hinaus zu klettern auf dem Neujahrsturm! Wow! Also, so geht das neue Jahr schon mal richtig gut los! Also dann, Leute! Also dann, Leute! Ich geh dann jetzt mal wieder vom PC weg! Immerhin hab ich ja das Spiel schon gewonnen! Haha, richtig cool! Und, äh, ja, dann werde ich noch ein bisschen über meine Vorsätze fürs neue Jahr nachdenken! Und, genau! Aber ich geh jetzt erstmal weg vom PC! Erstmal, äh, heiße Schokolade mit Sahne trinken oder so! Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch super gerne einen Daumen nach oben da! Und vergesst nicht auch, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren! Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr! Und dann freue ich mich schon sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid! Habt noch einen wundervollen Tag! Auf Wiedersehen! Hey, Leute! Ich bin's, Emma Vogel! Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei! Denn da, da findet ihr unsere tollen Hörspiele! Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool! Und, ja, hört sie euch an! Viel Spaß!